Und weiter. Andrei. Ja. Cliffhanger, werden wir das überleben? Wahrscheinlich nicht. Nö. Bei der rumge... komischen Zor rumgelegge. Na, vielleicht muss die das bei mir jetzt mal wieder besser. Frisch morgen mit dem Rest aufnehmen. Ja. Die kommen natürlich von vorne, oder? Natürlich. Natürlich. Ja. Da, tanked. Ich muss jetzt gerne machen. Weitere. Ja. Ich weiß ihn. Bisschen. Nicht nur den Schäden. Wir fahren vor, oder? Nachrichten. Ich weiß nicht. Burschen. Ach, ach... Ja, das ist nicht mehr. das war es munition war nicht so schlecht ich bin bei zwölf und 58 ich bin bei 0 und 23 ich habe auch nur 6 3 hp ja midi pack und denkst mir geil vielleicht kriegen wir jetzt hier was raus hoffentlich hat sich das gelohnt 1 2 3 ich habe noch 27 prozenten wie das lieferung launcher Ich weiß nicht, was hat er hackt? Nein, 33 Prozent. Vielleicht sollte er hackt, oder? Ja, lieber die Sentries. Thank you. Seafoom, ich hatte es nur noch zum kurzen Ausdruck. Der Scanner spissiert mich auf, er ist immer wieder zu finden. Ich glaube, der Scanner ist ein Problem. Oh, ich habe ihn nicht gefunden. Zwei Ladern. Oh, perfekt. Thank you. Wir sehen die Barsch. Die haben so ziemlich gleiche Monitons anmenge. Wir haben einfach viel zu viel verschlossend. Einmal, aber nur darum, weil es halt von dem Server ein bisschen rumgesporn hat. Der Scanner hat sich ja normalerweise nicht so aufgeweckt, weißt du? Wer weiß. Vielleicht mal ein Genie-Card was. Ich habe ja die beste Verbindung mit solchen Ladenkabeln, weißt du? Was? Torso. Dann, weißt du was? Hammer. Ich weiß nicht wo du bist. Wir sehen dann raus. Hier ist das. Der 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 Der. Ich bin bereit für den ersten. Ich noch nicht, die sind gerade im Scheißradmus. Okay, jetzt. Los. Okay. Ist da noch nicht das Hausmann gefallen bei mir? Okay. Mann ey, ist das nervig. Hey! Sleepers. Don´t wake them. Quiet now. There´s Monster´s in the dark. Hey, look at this. Monsters everywhere. Oh, shit. Schön die Knappe halten. Warum ist in diesem Raum hier bisher noch kein Vieh gesichtet worden? Du weißt doch, wir dürfen erstmal räumen, wo keine Monster dran sind. Naja, das ist richtig, aber der ist sehr groß dafür, dass hier kein Raum ist. Dass hier kein Raum ist? Ey, kein. Hier ist. Du weißt doch, was ich meine. Ein Raum ist kein Raum, oh mein Gott. Kommen wir, komm mal her. Raum Inception. Bleib stehen. Ich bin doch hier, was willst du denn? Dann kriegst du kein Medi-Pack. Hey. Einen hab ich noch übrig. Genau. Immer noch Monitern gebrauchen. Wird auch noch super. Yay. Würde ich auch... ...nehmen. Auch hier habe ich kein Vieh. Aktuell. Das Spiel ist noch nicht mit uns. Auch da hinten sind wir hier. Ganz da hinten. Ah ja. Sleep is here. It's on the scanner. Time to reload. Mal kurz die Wobeigiene abstechen. Nicht rein. Knappe. 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 Ich glaube, ein Botter hat hier schon geschossen. Na ja, hat er auch. Wie auch immer, der mich jetzt entdeckt hatte, wo ich bei dem Glück entfernt von ihm war. Es ist und bleibt ein Rätsel. Da unten lang gelaufen? Äh, was? Da unten schon lang gewesen. Ich glaube nicht. Waren wir schon durch das Loch eigentlich? Ist das nicht das Loch, das wir gerade durchsucht haben? Ich glaube nicht. Oh, guck mal, der Botter hat was entdeckt. Oh, Schlüsselkarte. Da ist er. Hat er also gelohnt. Hat er sich also sehr gelohnt. Wohin ist ja doch ein Loch in der Wand. Ich weiß nicht, ob das das war. Ah nee, da kamen wir her. Glaub ich. Ja, da kamen wir her. Na denn. Hey Niki. Ja? Kannst du mal deinen Nebel wegmachen, der ist echt nervig, der Nebel. Auf dem war so ein schönes Nebelding. Es gab eigentlich mal ein Nebel-Tool, aber ich glaub den gibt's hier nicht auf dem Level. Jetzt glaub ich erst wirklich in späteren Levels, wo es Nebel-Only gibt. Die Dinger waren krass halt. Na die waren richtig neus. So und jetzt haben wir den Raum komplett abgeschlossen. GG Niki, wir haben den Raum abgeschlossen, wir leben noch. Ist das nicht wunderbar? Harry war wie auch zügiger finde ich als das letzte Mal, oder? Jep. Wetten, wir haben 20 Mini-Packs und 20 Kisten verpasst. Zumindest haben wir hier einen Schrank von... Da ist die Schlüsselkarte einfach drin. Wir haben einfach die Schlüsselkarte verpasst. Gut, ich glaub wir haben alle Schlüsselkarten jetzt, kann das sein? Wir haben alle Schlüsselkarten, ja. Klasse 4 Alarm. Klasse 4 Alarm. Ähm. Ich weiß halt nicht ob sie alle Alarm Klasse 4 waren. Aber wenn nicht würde ich sagen wir priorisieren mal die großen Alarm Türen zuerst. Weil die aber halt am meisten Ressourcen brauchen. Was sagt die? Äh, ich weiß nicht 2. Äh, ich glaub hier unten ist der auch noch, der letzte oder irgendwo? Ne Frage. Hä? Ne, hier hinten Niki. Glaub ich. Äh, nochmal zurück, dass wir dafür sind. Sind schon dran vorbeigelaufen. Bei der gleichen Raum wie in der Klasse 4 Alarm. Machen wir's mal taktisch Club, weißt du, dann machen wir mal die großen Alarm Türen zuerst. Äh, hier unten. Ja, du hast die Keycard. Nehmen wir die hier? Oder welche nehmen wir jetzt? Na gut. Ich guck erstmal welche. Ok, Klasse 4 Alarm. Ja gut, ich würd mal sagen wir machen... Die 2er nehmen oder die 4er? Na, ich würd sagen wir machen zuerst die 4er weg. Wenn die weg sind, haben wir weniger Stress bei der 2er. Wollen wir dann eher die obere nehmen hier? Ja, nehmen wir die obere. Erstmal. Oder? Jo. Ja, aber ich mach mal irgendwas auf. Blockier irgendwas. Äh, ich guck, dass ich den Wicke blockiere da. Können wir mal irgendwas auf. Ich guck, dass ich den Wicke blockiere da. Können wir nur... Dann noch von der als andere Seite kommen, ne? Ich sag mal, hacket das, was seine Frentry hier hinstellt. Können wir nur da vorne hinkommen. Wenn ich für sie unnutz da hinten. Wow, potenziell kann es auch nötlich sein, halt ja. Na gut. Dann werden wir uns merken von welchen Seiten sie kommen. Check deine Munition, Nippy. Lade alles nach, was du hast. Ja, getan. Wird kein Spaß. Bioscan. Bioscan. Die kommen von hier. Die kommen von hier hin. No. Sollen wir den Dings holen, mein Zentral? Äh, mach. Noch hast du Zeit. Wer tanked? Tagt. Wer tanked? Der Pumi und Valmich. Der häng fest, irgendwie. Nee. Spaß Zeit. Oh! Weckspielen. Der ist hinter uns, oder? Der ist hinter uns. Oh Gott. Der ist hinter uns. 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 Der kommt von oben. Oh Gott. Oh Gott. Kevin. Der kommt, Miki. Oh Gott. Warte, 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 bevor die Tür öppen ist. Die Bot fällt noch die Waffe in die Hand. Irgendwas ist noch nicht. Irgendwo ist noch ein Vieh. Da hinten. Da hinten. Also bevor das angerannt kommt, dann alle aufheckt, die im Raum sitzt. Ja. Okay. Nochmal übertrieben und Musik anmachen. Weißt du auch, warum ich die Tür als erstes machen will? Weil wir das letzte Mal verkackt haben, ne? Ja, weil das Taktäter ist. Warte, zurück. Zerbake. Direkt direkt, leider. Mhm. Ich balle das direkt weg. Ich hab da keinen Bock drauf. Das ist weg. Das Vieh. Das ist weg. Das Vieh. Das ist ein kleines Missvieh. Nein. Wir wollen das nicht. Nein, hier sind auch keine Viecher. Gott sei Dank. Aber kein... Nicht zum... Warte. Das heißt... Der Wander. Aber wir haben diesmal keinen speisig... Tentakelvieh hier drin. Was uns die Suppe versalzen kann. Stimmt. Das muss jetzt in einem Zug gehen, tut mir leid. Was da? Ich muss alle aufwachen. Ich höre eine Menge unten im Nebel. Können wir gleich lang gehen, mal durch den Nebel durch. Ich hab ja auch eins auf der Treppe. Ich hab ja auch eins auf der Treppe. Ich hab ja auch eins auf der Treppe. Die Da oben hast du auch weg gerade? Ja. Geh mal kurz nach oben. Oh. Oh. Was verdacht denn? Da war irgendein Geräusch. gerade, hat das Vieh auch geweckt. Okay. Da kam was geflogen. Das war ein Schuss von der Glühbirne. Aber ich glaube, jetzt haben wir sie alle. Das ist ja auch noch eine Tür, Alter. Ja gut, die konnte man beim letzten Mal nicht sehen. Einmal durchgucken, was alles neu ist. Ich glaube, hier ist auch die HSU drin. Meinst du? Der hat die Mission aktualisiert, dass wir die HSU mit dem Terminal finden sollen. Die ist hier drin. Wir sind schon in Reichweite. Da sind die Karte oben hier. Wir haben wieder ein paar kleine. Oben ist auch noch einer, ey. Was ist das hier unten? Oh, ist gerade einer. Wieso ist da hinten einer aufgewacht? Hä? Der war ewig und drei Tage entfernt. Shit, ich muss hochkommen. Warte, komm hoch. Wer hat das Ungewinn. Bob, verpiss dich. Da hast du selber... Pech. Was ist das? Wieso ist da aufgewacht? Ich war ewig und drei Tage davon entfernt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es war gar nicht so schlecht vielleicht die Tür zu schließen, ja? Und zwar nicht zu lassen. Oh, fuck. Ich bin down. Scheiße. Ich hab nicht auf mein Leben geachtet. Aua. Aua. Hinter uns! Hör, Pee hinter uns. Wo kommt das Pee? Hinter uns war noch ein Pee. Weiter. Fuck it, ey. Ich hab keine Ahnung wie das aufgemacht ist, Niki. Also ich stand hier, ne? Oh, da ist noch eins. Ja, das ist gut. Pass auf. Komm mal her. Ich zeig dir das mal kurz mal. Hey, komm mal kurz zu mir. Ganz kurz mal. Danke. Oh, nochmal. Komm mal. Oh, Gott sei Dank. Ich steig jetzt mal auf die Bots. Mit der Muni. Ja, jetzt zeig mal. Pass auf. Ich war hier. Hab das Vieh hier gekillt. Das war hier unter der Säule. Ja. Und das Vieh hier ist aufgewacht. Komplett auf der anderen Seite der Säule. Und? Das ist einfach seltsam. Also das war jetzt wirklich Bullshit. Was da passiert ist. Ja, überall nur dieser Scheiß knicklich da, Alter. Naja, wenn ich mit meinem Terminal nutze und das Zeug anfing. Oder wir schnappen uns so schnell, sobald wir die HSU finden, die HSU verpflichtet. Ich wäre am Plan. Ich glaube... Also ich würde den unterstützen, den Plan. Einfach nur, damit wir den Rundown fertig haben. Jetzt. Midi-Pack. Geil. Dreimal, eine Lutzung sogar. Krass. Oh, nice. Du musst sogar die Bots einmal heilen. Eigentlich hatte ich die... Bots, was hast du für Leben. Du hast 20, dann kriegst du auch einmal. Was ist der andere? Bei dir? Ja, der Kurk geht zu dir. Kannst du ja sagen. Follow me. Aber das steht jetzt gerade da. Die bleiben ja zum Glück stehen, wenn du die einmal da wirst. So, dann muss hier die HSU sein, ja? Hoffen wir es mal. Haben wir hier irgendwo den Tunnel? Binnen hat mir den Tunnel. Nein, hier. Ich geh mal dahinten. Ich guck mal kurz. Scheiß mal auch mal das Erkunden. Machen wir mal die HSU weg. Wird das nicht etwas kürzerer, GDLVO-Volge? Ah. Komm. Müssen wir nur am Dienstag mal aufnehmen, Nicky. Wahrscheinlich im großen Raum. Wahrscheinlich. Einen ganzen Nebel drin oder so ein Scheiße, ey. Da hinten oben. Oben? Hier oben irgendwo. Hinter dieser Wand. Hier irgendwo. Da oben. Ach, da oben. Wahrscheinlich, oder? Ja, da ist er. Habste. Okay, wie viel Muniz noch mal allgemein? 40, 40 hab ich. Ach, das macht dann wohl reichen. Mal nachladen hier. Okay, wie ist der Weg zurück? Raus. Und runterspringen. Also hier raus, da lang. So. Okay. Das klingt machbar. Das klingt auf jeden Fall machbar. Es kommen ja nicht allzu viele Viecher uns entgegen. Okay. Also wir müssen hier durch. Dann müssen wir da durch. Dann geht's da irgendwo. Ne, da lang, oder? Dann geht's da lang. Dann da runter. Also wir müssen so laufen. Guck mal. So. So. Ne, ne. So. So. So hoch und dann genau. Das sollte hoffentlich noch was sein. Okay. Versuch mal die HSU aufzunehmen. Wie es gab denn wir sind? Bio-Scan. Shake a leg. Okay. Glück, Kevin. Auf dem Weg dahin zu rennen, ey. Na ja gut. Zwei, dreifach. Ich bin weg. Los geht's. Lauf. Da lass mich vorrennen, weil ich noch ein bisschen mehr Leben hab. Lauf, lauf, lauf. Es blüht noch ein paar. Der Rest ist. Der Rest ist in den Sicherheitszonen eingesperrt. Wir müssen nur gerade rausrennen. Zwei von vorne. Drei. Tot. Tot. Mehr auf noch. Was ist das? So, wir sind rein. Oh. Weck. Hab ihn. Geht noch 70 Meter los. Nein, danke. Dann direkt ein Sentry aufstellen, Miki. Oh, die sind so gescheit Kurven hier, alter. Was für ein beschissener weiter Weg. Lauf, 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 lauf. Scheiß mal auf den Bots jetzt hier. Dann sind auch beide Bots, okay. Äh, gut. Schnell seit den Sentry ab. Hab ich. Heiter, die Bots sind wichtig. Scheiße gewesen. Nein, die kommen, die kommen. Oh, die kommen. Bots kommt rein. Ja, die sind wieder in die andere Richtung geplatzt, Kevin. Ne, hat er nicht. Da kommen die von links, äh, von rechts. Ah, der ist eigentlich zwischen uns. Hier kommen alle von rechts, sie wollten nicht durch die Tür gehen. Ah, der ist ja live. Ja, der ist ja live. Jawoll. Wir haben es geschafft. Alter. Alter. Ich war kritisch. wir haben den r1 b2 endlich geschafft auch wenn wir auch ein bisschen was übersprungen haben aber scheiß mal da drauf aber absolut ich hab noch eine maske bekommen ich hab noch einen rucksack bekommen ich bleib mal bei meiner maske weil die hier sieht so merkwürdig aus das ist genau die gleiche maske die der andere ja auch hat scheiß drauf ich bleib bei dir hier ja ähm ja neki ja wieso ich muss ja keine abnacht machen ok keine abnacht oder das stimmt oder na gut für die für jetzt erstmal die zwei aufnahmen ja ok also für euch geht's mit weiter vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss